In der Meditation wird stundenlang fokussiert auf den Atem. Das ist nichts anderes als ein Training in Gefühlsabwehr. Und es gibt Zen-buddhistische Lehrer, die regelrecht sagen, dass man Gefühle wegschieben, weghalten soll, weil die einen bei der inneren Stille stören würden. Es gibt Zen-buddhistische Lehrer, die sagen und schreiben, man soll beim Meditieren nicht die Augen schließen, denn dann könnte innerlich was hochkommen, dem man ganz hilflos ausgeliefert wäre. Ja, was kommt da hoch? Gefühle. Was nutzt es, wenn ich die Augen offen halte beim Meditieren, damit Gefühle nicht hochsteigen? Wie soll ich da zum Loslassen finden? Also, es ist jetzt empirisch in meiner Arbeit ganz eindeutig so, dass das Fühlen, das Lösen reihenweise zur Erleuchtung führt, reihenweise.